Die besten Wetttipps und drei Quotenboosts bei diesen Spielen der EM-Qualiab Sonntag. Und wir haben die Iren gegen die Niederlande, Montenegro gegen Bulgarien und das skandinavische Duell zwischen Finnland und Dänemark. Siehe da, die Holländer mit einer 1,6-Quote in Irland, gar nicht mal so unattraktiv auf den ersten Blick. Schauen wir uns die Tabellensituation mal an. Die Iren ein Spiel mehr, drei Punkte weniger. Aber auch die Holländer haben hier in dieser Gruppe ein Spiel verloren. Natürlich gegen den Tabellenführer dieser Gruppe, die Franzosen. Gerade eben aber erwartungsgemäß und sogar besser als erwartet sogar noch 3-0 gegen Griechenland gewonnen. Also man kann sagen, Holland scheint in Schuss zu sein. Nach Irland ist es nicht der weiteste Weg von Holland aus. Und die Franzosen haben Irland gerade 2-0 besiegt. Okay, aber grundsätzlich sollten die Kräfteverhältnisse ziemlich klar sein. Ich kann mir jetzt hier natürlich nicht so wirklich vorstellen, dass die Niederländer hier im Normalfall was anbrennen lassen. Aber gut, man hat schon sehr viele Überraschungen gesehen bei solchen Spielen. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese 1,6 für Holland ganz interessant. Und es gibt auch noch einen Quotenboost auf diese Spiele, natürlich. Bei X-Bet, Merkur Sports, gibt es die Quote von 3,7, wenn eine der beiden Mannschaften gewinnt. Also eine Double Chance auf Irland oder Niederlande. Heißt einfach, es darf nicht unentschieden ausgehen. Und es sollen dann mehr als 3,5 Tore im Spiel fallen. Also das ist auch eine Wette, bei der man schon auch auf die Hilfe der ihr ein bisschen angewiesen ist. Denn mehr als 3,5 Tore, die fallen halt in den heutigen Zeiten gegen solche Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt zur dritten Generation oder zur dritten Liga der internationalen Vereine gehören. Nicht allzu oft. Und die Iren sind da definitiv fast schon zu gut, dass sie hier halt viele Tore kassieren. Auch zu Hause und selbst sind sie jetzt natürlich auch keine Goal-Getter-Nation. Deswegen tue ich mir hier sehr schwer. Diese Wette auf Holland mit über 3,5 Tore finde ich nicht so wirklich gut. Warum denn auch übertreiben mit über 3,5 Tore, wenn man denn auch eine relativ gute Quote bekommt, wenn mehr als 2,5 Tore fallen? Ich sage es klar, es ist nicht meine Lieblingswette, weil ich ungern auf Over-Under setze. Aber ein einfacher Holland-Sieg wäre eine Option, wenn du Niederland-Fan bist. Ansonsten ist mir das persönlich einfach auch zu gering für ein Auswärtsspiel einer Mannschaft, von der ich jetzt nicht allzu überzeugt bin. Das liegt aber in erster Linie daran, dass da ein Wout Weghorst einfach im Sturm spielt. Ansonsten haben die schon einige namhafte Spieler, sodass einem nicht Angst werden muss gegen eine irische Mannschaft voller No-Names. Aber nichtsdestotrotz ist immer alles möglich in Niederland. Montenegro gegen Bulgarien. Die montenegrinische Flagge der Doppelkopf-Adler mit zwei Köpfen. Warum? Hoffentlich nicht verstrahlt da irgendwie. Warum der zwei Köpfe hat, warum auch immer. Trotzdem 1,8er Quote gegen Bulgarien. Schon sportlich. Aber die Bulgarien sind halt auch bei Weitem keine Top-Mannschaft. Aber sind wir uns ehrlich, die Montenegriner halt auch nicht. Deswegen eine 1,8er auf eine Mannschaft, bei der in einem Spiel gegen Bulgarien jetzt mal so, mal so passieren kann, ist natürlich keine Option. Auf Bulgarien zu setzen, die jetzt hier seit sechs, zwei, vier, sechs Spielen auf einen Sieg warten und da gerade mal dann auch nur 0-0 gegen Luxemburg rausgeholt haben. Das sind keine guten Ergebnisse der Bulgaren. Das 1-1 gegen Serbien, okay. Wenn man das als Grundlage nimmt, dann kann man sagen, die Serben sind natürlich stärker als die Montenegriner. Aber da würde ich einfach ungern auch auf Bulgarien setzen. Und auf Montenegro, naja, bei der Quote macht natürlich auch keine Option. Wenn man sich so unentschieden ist in so einem Spiel, da haben die Wettanbieter ja wirklich eine Wette entwickelt, die genau dafür abzielt. Und das wäre eben das X bei einer 3,4, wenn man sagt, man muss unbedingt darauf wetten. Aber auch, weil hier die Auswärtsquote so viel höher ist, finde ich, passt nicht wirklich so zusammen und man könnte auch mit Asian Handicap auf Bulgarien oder eine X2 bei einer Quote von 1,95 gehen. Der Quotenboost ist leider eine Kombi aus mehreren Ereignissen und von sowas rate ich eigentlich grundsätzlich ab, weil das ist halt sau unwahrscheinlich, dass das eintrifft. Und das spiegelt sich nicht in der doch dann gar nicht mal so coolen 6er-Quote wieder. Zum einen muss Montenegro gewinnen, was ich schon gesagt habe, ist nicht meine Wette. Es müssen über 2,5 Tore fallen, würde ich jetzt beim Bulgarienspiel auch nicht unbedingt unterschreiben. Und das beide Treffen, ja, kann, aber muss natürlich nicht. Also diese Wette macht gar keinen Sinn in vielen Belangen. Finnland gegen Dänemark, höchst interessante Partie. Mit einer weniger interessanten Siegquote auf Dänemark hätte ich nicht so niedrig gedacht, ehrlich gesagt. Wir wissen, die Finnen sind immerhin vor Dänemark. Beide 5 Spiele in dieser Gruppe und die Finnen haben 12 Punkte, die Dänen nur 10. Warum sind die Dänen dann in Finnland noch dazu? So haushoher Favorit, das erklärt sich wahrscheinlich an den direkten Duellen. Die konnten die Dänen zumindest das letzte Spiel 3-2-1 für sich entscheiden. Aber wir erinnern uns auch noch an dieses sehr bittere Spiel bei der EM, als der Eriksen da nach kurzer Zeit zusammengebrochen ist. Das stand natürlich unter diesem Ereignis und die Finnen konnten dieses Spiel gewinnen. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, die Finnen haben bisher gute Ergebnisse in dieser Quali abgeliefert, wenn die Dänen sogar in Kasachstan verloren haben. Das Hinspiel, wie gesagt, 3-1 gegen die Finnen gewonnen haben. Und alles andere sind jetzt auch keine besonderen Ergebnisse gewesen von Dänemark. 1-1 gegen Slowenien, 1-0 gegen Nordirland. Also da fehlt mir jetzt wirklich so ein bisschen auch die Überzeugung, dass es jetzt in Finnland ein Spaziergang werden würde. Zumal die Finnen eben nicht ohne Grund mehr Punkte geholt haben als die Dänen, weil sie eben gegen die anderen Mannschaften besser performt haben und jetzt vielleicht mit einem Heimspiel sich revanchieren können. Der Quotenboost in diesem Spiel ist eine Mannschaft gewinnt Double Chance. Entweder er gewinnt Finnland oder Dänemark. Es schließt schon mal das Unentschieden aus, was ich prinzipiell nicht gut finde, weil das Unentschieden eigentlich immer eine sehr gute Wette ist und eine meiner Lieblingswetten. Aber gut, und dann wird es kombiniert mit Over 3,5. Und das ist ja in einem Spiel von so zwei skandinavischen Teams, die eher irgendwie ein bisschen auf die Defensive schauen, auch keine Option. Buuuuh, ganz schlechter Quotenboost. Daher kommt das wahrscheinlich, weil es schlecht ist. Aber gut, nicht alle Quotenboosts sind schlecht und auch in diesem Spiel gibt es natürlich eine gute Wette. Und das ist zugleich auch... Ja, und schau doch mal her, Du kriegst eine Double Chance auf Finnland bei einer Quote von 2,15. Und dazu müssen die Finnen einfach eine gute Defensivleistung abrufen. Das Spiel geht dann eh unentschieden aus. Aber du kannst natürlich auch im Falle des Finnland-Sieges davon profitieren. Und das finde ich besser, als auf die Favoriten aus Dänemark zu setzen. Ja, also ich hoffe, die Finnen enttäuschen mich und dich nicht. Aber schreib gern auch deinen Lieblingskommentar in die Kommentare. Und wenn du die anderen Quotenboosts absahnen willst, gibt es auch bei X-Tipp noch eine andere Sache für dich. Sichere dir den Kombibonus bis zu 30% Bonusaufschlag bei X-Tipp über den Link in der Videobeschreibung.